Hey, hey Freunde! Herzlich Willkommen zu Zelda Similish Cap! Yay! Und ich hab endlich mal geguckt im Internet, wie man hier weiterkommt. Oh Mann, das ist doch echt hart, Mann. Oh, du bist das echt hart. Also Freunde, wie soll ich wissen, dass das so was ist und so? Ich werd jetzt erstmal da hingehen. So, zack, 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 ganz schnell hin. So, im letzten Part sind wir hier reingegangen, haben wir den angefangen das Schloss zu machen und hab irgendwie angefangen zu hängen, weil ich nicht weiterkam. Genau an dieser Stelle. Und zwar... Jetzt mal alle wegnassen hier. Oh nein, meine Kohle, meine Kohle, meine Kohle, meine Kohle, meine Kohle. Komm, sterb schon. Oh Gott, weg, 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 sterb. So. Hier! Bombe hinsetzen. Alte, woher soll man das denn wissen, Freunde? Ey, hallo? Okay, ich hab nur rechts geguckt und oben, aber nicht links. Super. Na ja, egal. So, aber jetzt komm ich endlich weiter. So, ab jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, was kommt. Oh Gott. Zum Beispiel das hab ich jetzt auch nicht gewusst, weil ich hab nur geguckt, weil ich, wie gesagt, das soll alles blind für mich bleiben. Oh Gott. Etagen. Oh mein Gott, Alter. Wie sieht die Etage denn aus? Hier geht's doch oben weiter, oder? Äh... Ne, ist nichts. Da war doch eben was, oder? Hey. Wer war, die das Forst erlangen sollte? Wie zählen das Forst sich trägt, äh, sich unter Schaden bleiben. Cube, wir dürfen das nicht zulassen. Schnell ins Innere. Ja. Bin ich doch schon. Achso, hier bin ich jetzt. Ah, okay. Gut. Oh. Oh Gott. Wo kommt der denn noch bei mir her? Jetzt muss ich den jetzt mal ganz schnell natzen. Oh Gott. Ja, ja. Wenn er angreift, muss ich ihn angreifen. Oh, kommt schon. Los, greifen an. Und nochmal. Und nochmal. Noch zweimal. Oder einmal noch. Komm schon. Los, komm schon, greifen an. Ja, jetzt hab ich ihn geschliffen, greifen verpasst. Oh, weg. Komm schon. Ja, nochmal getroffen. Und nochmal, nochmal. Komm, komm, komm. Was ist denn? Komm schon. Hey, du Arsch. Jetzt komm her. Bitte. Ja, was? Er hat mich getroffen. Okay. Er lebt immer noch. Er lebt einfach noch. Komm schon. Yeah, jetzt hab ich ihn. Der Drohn hat gewackelt. Okay, das hab ich gesehen, weil der Drohn gewackelt hat. Da werd ich jetzt erstmal runter gehen. Ist das richtig? Hä, wenn Fatih das vorher so lange hat die falsche Tasse gedrückt. Ja, hab ich doch eben schon gelesen. Äh, hier ist sonst nix. Jo, aber erstmal. Doch, erstmal gucken, erstmal gucken. Nichts sagen. Hier ist nichts. Aber erstmal gucken. Geh weg. Oh, was? Nö, nicht die. Hä, was war denn da oben links? Ich will, ich will. Mal gucken hier. Äh, ich war ja da. Aber da ist nichts, ne? Oder ist da was? Ich weiß es nicht. Oh, weg, weg, weg. So schnell rein. Oh, okay. Ich hätte bestimmt zuerst da ran müssen. Oh nein. Wieder zurück. Geh. Vielleicht bloß zuerst da lang gegangen. Oh, weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Oh, puh. Muss mich bloß in Ruhe. Höh. Höh. Los. Und Treppe hinauf. Jetzt holen wir uns die Truhe. Mal gucken, was da drin ist. Hm. Mal gucken, was wir da finden. Oh, ach so, den Kompass, den haben wir auch noch nicht. Ach ja, den Kompass haben wir auch noch nicht. Stimmt, wir hatten ja nur die Karte. Jetzt kann ich überall gucken, wo die Schätze und so sind. Jetzt habe ich hier alles, hier habe ich alles, habe ich alles, habe ich alles. Oh, da oben fehlt noch, Alter. Oh, hier sind auch noch vier. Hä? Wie soll man da herkommen? Ah, okay, bestimmt, ja. Okay, aha. Oh man, das kann auch noch was werden. Dann. So. Aber erstmal die Fledermaus. Und dann. Bombe. Werfen. Oh, runtergefallen. Toll. Mein Scholl. Link gemacht. Erstmal einen fetten Absturz. Höh. Und. Yay. Jetzt erstmal durchgehen. Jetzt haben wir erstmal. Oh, zum Glück geht es endlich weiter, Freunde. Yeah. Zum Glück. Oh, so komm, du musst weg. Oh, was? Zwei Schläge? Warum? So, komm schon. Komm schon, komm. Yeah, 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 yeah. Jetzt wird es richtig hart langsam, merke ich. Der Dungeon hat langsam sein wahres Gesicht. Das wird echt schwer langsam zur Zeit. Vor allem, wenn ich jetzt stehen bleibe und erstmal verdrink, wird erstmal ganz hart getroffen. Waaah. Oh, lol. Wo muss ich denn jetzt lang? Was? Ernsthaft? Erstmal du weg. Lol. Toll. Erstmal Geld. Hä? Geht nicht. Nein. Toll. Hä? Wie komm ich denn da jetzt weiter? Bombe? Nee. Auch nicht. Auch nicht, hä? Geht auch nicht. Hä? Was denn jetzt? Jetzt häng ich fest. Achso, zurück. Aha, das geht auch. Aha. Man kann auch zurück. Das sieht zu weit aus, ne? Aber, okay. Ich hab's kapiert. Wenn ich jetzt getroffen werde... Oh Gott. War das knapp? Was? Hä? Der Emulator hat sich neu gestartet. Okay, Freunde. Dann sehen wir uns gleich wieder. Oh Mann. So, Freunde. Hier sind wir wieder. Oh Mann. Ich muss jetzt erstmal nochmal bis hierher zocken. Was war denn das eben gewesen? Alter. Was geht? Oh Mann. Was? Ey, wenn das jetzt nochmal passiert, ne? Dann ist die ROM im Arsch. Dann... Hab ich Arschkarte, dann kann ich das Spiel leider nicht... Leider, let's play. Was zur Hölle ist passiert? Die ROM hat sich einfach neu gestartet, Alter. Was ist... Hä? Sowas geht doch gar nicht, oder? Auf einmal, Mann. Naja, egal. Jetzt bin ich aber wieder hier, Freunde. Nicht so wild. Ich wollte euch jetzt nicht nochmal das Ganze zeigen. Deswegen hab ich das alles nochmal ganz fix offscreen gemacht und nochmal hergegangen. Oh Mann, ich hab jetzt gedacht, die ROM ist im Arsch. Das war ja die ganze Zeit meine Bezweiflung eben. Alter, was ist passiert, Alter? Da startet sich einfach der Emulator neu. Sowas hab ich noch nie gesehen. What the fuck? So, stehen bleiben. Jetzt, äh. So. Flamme muss vorbei. Und jetzt können wir den... Nein! Ich bin so ein Trouble. Egal. Nochmal. Zam, zam, zam. Ja, oh Gott. Das war zu früh, glaub ich. Das war zu früh. Werde ich ja sehen. Hoffentlich schaff ich's noch. Ja, geschafft. Puh, zum Glück. Habe ich das geschafft? Oh, oh, nee. Nicht schon wieder diese Geldhaie hier. Oh Gott. Kredithaie sind halt auf jeden. Oh, 999. Bin wieder voll. Ich muss doch meine Kohle irgendwie ausgeben. Ja, irgendwie. So, hoffentlich schmiert der scheiße Morata jetzt nicht nochmal ab, alle. Der hat sich auf einmal neu gestartet. Warum? Oh, das war knapp. Ich habe Angst, dass ich getroffen werde. Oh, oh Gott. Das war Glück. So, schieß mal, schieß mal. So, den kann ich nämlich hier rein fixen. Und jetzt einmal nach... Nein, nicht nach links, nach rechts. Oh Gott. Das war Glück. Äh, knapp. Knapp, knapp. So, und... Yeah! Kann schon, kann schon. Yeah, geschafft. Oh nein, nein. Oh Gott. Meine, meine Kohle kriegt ihr nicht... Nein. Okay, brauche ich kein Geld rein sammeln. Was ist hier? Äh, nein, das wollte ich gar nicht. Nein, geh weg, geh weg. Hey, hör auf zu quatschen. Ich wollte das gar nicht. Hm, okay, was ist denn hier, wenn ich jetzt hier reingehe? Wenn ich jetzt hier reingehe, komme ich bestimmt... Warte mal. Äh, ich weiß nicht. Ich geh da mal rein. Mal gucken. Äh, nichts. Nichts. Ah, geh weg. Kann ich nichts schieben? Irgendwas schieben? Auch nicht, auch nicht. Pfeile. Okay, die können mich auch nicht treffen. Schieben kann ich nichts. Ah, hier rauf vielleicht? Auch nicht. Hä? Okay. Nichts. Nichts. So. Ich hab jetzt nämlich... Bevor... Oh, sorry, da muss ich... Aufstoßen. Bevor ich nämlich, äh, angefangen hab zu... Äh, allerdings hab ich erstmal ein Save-State gesetzt. Nicht, dass das nochmal abgeschmiert wäre, dann hätte ich nämlich... Nämlich einfach neu geladen und dann... Hätte das ganz auch schon gepasst, so. Jetzt müsst ihr aber erstmal alle abkratzen. Äh, komm. Weg, weg, weg. Oh, was, 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 was? Komm schon, sterb. Wir haben uns hier geschafft. Oh, nö. Der Durchgang bringt uns jetzt nichts. Egal. So. Und jetzt? Ähm. Okay. Alle vier. Hier. Denn... Sind das... Die Weiden und die Weiden außen. Okay. Wie mach ich das denn jetzt? Okay, da muss ich jetzt... Außen rumlaufen. Oha. Naja, okay. Längsten Weg nehmen. Okay, gut. Wenn es nicht alles geht. Oh, blululululup. Yeah. Geschafft. Yeah. So. Alle doppelten links. Oh, nein. Nichts schon wieder. Warte mal. Oh. Warte mal. Oh Gott. Weg, 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 weg. Ich muss sie treffen. Ich muss sie treffen. Oh, da oben ist Bostü. Lol. Aber da will ich noch gar nicht rein. Ich will erstmal alles abgucken. Warte. Nöööööö. Toll. Ach komm, was soll's. Ich geh einfach hin. Ich bin mutig. Ihr müsst sterben. Oh, da. Oh Gott, einer ist weg. Gib mir Herzen. Oh Gott, was soll ich mit so viel Rubine? Ich hab... Nein, nicht rausstecken. Oh Gott. Was hab ich da irgendwie gemacht? Ach ja, das war bestimmt... So, ne? Keine Ahnung. Lol. Wo ist denn die erste Hälfte? Geil. Aber hier fehlt uns jetzt noch der Blaue. Aber naja, was soll's, egal. Ich will jetzt erstmal... Nein, 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 nein. Ich wollte... Hier muss ich wieder den ganz anderen Weg gehen, ne? Oder war das so? Warte mal, warte mal, warte mal. Äh, dann gehe ich erst nach links, nach oben. Oder wie war das? Weg, 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 weg. So. Ich will mich nämlich gar mal ganz schnell erfrischen. Oh Mann, sorry, dass ich jetzt nochmal längs den Weg nehme hier und so. Darala... Und dann einmal runter und dann waren hier, glaube ich, die ganzen Feen, ne? Ja, hier war's. Eine Fee. Und noch eine Fee. Kommt. Ja, danke. Hier nochmal raus rein und noch eine Fee holt. Sind wir wieder so gut wie erfrischt? Puh, das war ja knapp gewesen. Ist doch ziemlich warm hier schon wieder. Oh Gott, ist mir warm. Alter, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Schon wieder übelst du warm, wär der... Warmer ist weiter hier. Schon wieder später am Abend. Ja, so, zack. So, immer noch. Weg. Ach, wieder... Oh Gott, jetzt kommen die Geister. Weg, 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 genau. Die meine ich... Das war knapp. Oh, schneide ich rein. Jetzt muss ich aber ganz schnell wieder dahin, wo ich hin will. Erst wenn den Porter benutzen. So. Den Porter wie Porto. Aber nur auf andere Weise. Yeah. So, jetzt mal nach links oder rechts, Karte gucken. Was sagt die Karte? Ey, was sagt die Karte? Äh, die Karte sagt... Okay, ja. Die Karte sagt gar nichts. Wir gehen zuerst mal nach links, würde ich sagen. Hä? Äh, warum? Warum? Okay. Wenn die Tür es so sagt. Äh. Oh, nö. Was ist das denn, alle? Warte mal, das kann ich doch mit meiner Zeitbombe am besten machen, oder? Geht das? Geht das? Ne, die fallen runter, die fallen runter. Oh, ne, das ist gar nicht gut. Was mach ich denn da jetzt? Hä? Gehen die da rauf? Ne, die gehen auch nicht rauf auf dem Platt vor. Jetzt sind beide kaputt gegangen. Die gehen da gar nicht rauf. Hä? Wie soll ich denn das jetzt machen? Wisst ihr was, alle? Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Nein, das... Oh, geil. Lol. Okay, so geht's auch. Dann hab ich... Oh, warte mal, warte mal. Warte mal, da oben sind noch Schalter. Die will ich noch haben. So, und jetzt mal in den Kühler rein. Yeah, nein, das war so wie, oh Gott. Das war knapp. Wie komm ich da jetzt ran? Ach, mit Feier und Bogen. Äh, hey, keine Bogen. Yeah. Yeah. Ach so. Warte, 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 oh Gott. Oh, ganz knapp. Und, rein hier. So, das war immer Glück mit der Bomben eben gewesen. Äh, warum schließen sich die Türen? Hä? Was geht? Jetzt bin ich aber hier. Jetzt, dann laufe ich aber einmal im Kreis oder da fehlt mir irgendwas. Warte mal, ich, ich, da oben ist noch eine einzelne Truhe, eine große. Vielleicht, vielleicht ist es eine große, sag ich mal so, meine ich jetzt so. Ich geh jetzt zuerst mal nach oben, ich bin nämlich neugierig. Okay, okay, ein, ein Eingang, noch, ein Eingang, noch. Oh Gott, hab ich nie. Oh Gott. Das war sowas von klar, ne? Und die harte Boss-Mocky, oh Gott. Das ist bestimmt der Zwischenboss, weil die Musik so ist und den Schwarzen haben wir noch nie gehabt. Oh komm. Oh lol, das ist die Boss-Musik von dem grünen Schleim, oder? Der erste Boss, den wir hatten, in dem Minishwald, den Dungeon. Weg, weg, komm. Oh Mann, das war noch Zeit, ne, wie ich angefangen hab. Also mit den Let's Play meinte ich. Oh, stirb. Oh, komm. Jetzt sind wir schon so weit. So weit war ich noch nie in dem Spiel. Das ist alles blind für mich. Oh Gott, ich bin da fast reingelaufen. Oh, stirb. Was, was hält denn der alles aus? Komm, Jan. Oh Mann, er trifft mir auch immer wieder da. Oh, was. Was, was, was? Komm schon. Aha. Oh, jetzt haben wir den Blomport, der lol. Ah. Nein, nein. Nein. Was denn jetzt? Alter, sagt jetzt nicht, ich muss da jedes Mal. Ist nicht euer Ernst, ne? Das ist nicht euer Ernst, ne? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Alter, denn sind wir... Oh, jetzt sind hier auch noch vier Schlüssel. Okay, das sind... Okay, warte, aber das ist das Falsche. Toll. Ihr könnt doch gar nicht hier nichts anfangen. Oh Mann, toll. Fuckin' Bitch. Oh Mann. Hä? Durchdrehmodus hier. Fuck. Hm. Okay, ich hab mich jetzt schön auf der Kiste gefreut, aber am Arsch. Ah, Schlecken, dralala. Okay, der Dungeon geht jetzt richtig los. Dann gehen wir jetzt erst mal nach links. Ich glaube, das war oben links, wo nur einer war, ne? Herzen? Ne, keine Herzen. Ich brauch Herzen. Ich brauch Herzen. Sonst werde ich kalt gemacht. Hab ich einen Drank? Ich glaub, ich hab einen Drank, ne? Ich hab noch genug Geld gehabt und hab einen Drank gekauft. Ja, einen Drank hab ich. Gut. Oh, eine Flasche haben wir auch noch frei. Ach ja, hab ich auch weiße Türop auf Screen. Noch gerade mal gesammelt, stimmt ja. So, nochmal raus rein. Nochmal Herzen sammeln. Das geht jetzt die ganze Zeit so. Sorry, aber geht nicht anders. Mal mal einen Schluck heller hier drinnen, ja. So, zack, zack. Immer nur die ersten beiden. Oh, schade. Haben die beiden auf, hat irgendwas war da, ne? Ne, nur Rubine. Was soll ich mit Rubine? Oh, jetzt brauchen wir vier Schlüssel, Alter. Und die komische Tür... Das rät mich gerade ein bisschen auf. Sorry, dass ich jetzt hier hin und her laufe die ganze Zeit, aber das reicht schon, das reicht schon. So, das reicht. Jetzt sind wir so gut wie voll. Oh, da läuft der Schweiß von der Stirn, ne? So warm ist das hier heute. Oh, Mann. So, jetzt kommen wir erstmal zu... Oh, er wird ja gleich zum... Oh, Gott, er wird gleich im Angriffsmodus. Weil wir jetzt den König getötet haben, wollen die jetzt die Verteidiger hier den König verteidigen oder so. Oder wie muss ich das sehen? Oder was? Oder was? Komm schon, hier. Gestroffen... Äh, geschlagen, ohne getroffen zu werden, so gesagt. Tada! So. Ach, jetzt Knochen-Heinis hier. Knochen-Heinis. Oh nein, der trifft mich natürlich. Ah, der trifft mich, aber der andere nicht, ist klar. Oh, Pfeile. Pfeile, oh Gott, brauchen wir die Hand. Oh, nein, ich renne... Oh. Facepalm. Ich renne auch noch genau rein in den ersten Schatten. Ich bin so ein Trottel. Hopp, ich muss den jetzt nicht nochmal absiegen. Ich nehme mal Bomben und werfe da mal... Leg da mal Dix hin, wenn er in die Hand kommt. Okay, zum Glück. Ich hätte es gedacht, ich muss den nochmal... Oh, Mann, jedes Mal muss ich hier... Sorry für mein... ...Aufstoßen, aber manchmal... Ich hoffe, ihr hört das nicht. So. Ah. Ey, Alter. Was geht, Mann? Ich gehe hier einfach mal durch, so. Oh nein, ich muss hier auch noch alles töten. Äh, anschießen oder was? So. Ah, hast du meine Bombe gefressen, ja. So. Hoffentlich kommen sie nicht mehr wieder. Jetzt mache ich das erstmal in Ruhe. Pfeile Bogen. Irgendwelche Reihenfolge, ich hoffe nicht. Oder auf Zeit. Nein, Alter. Genau, das habe ich mir schon so gedacht. Toll, auf Zeit. Nein. Ja, geschafft. Oh Gott, nicht den Arsch abrennen. Hoffentlich bleibt die Tür offen. Ich hoffe mal, ja. Okay, die bleibt offen. Wunderschön, wunderschön. Dann haben wir jetzt... Hallo? Hallo? Und jetzt? Hier runter verlassen oder was? Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher. Wo komme ich denn an? Hä? Habe ich jetzt was alles gemacht? Ich glaube nicht. Ich springe einfach mal runter. Okay. Oh, hier bin ich richtig. Nein! Oh Gott. Lass mich los. Hoch, hoch, hoch. Das war knapp. Oh Mann. Bin ganz schnell. So, jetzt noch eine Höhe. Und jetzt haben wir... Yeah! Ein Schlüssel hoffentlich. Und... Yeah! Es ist ein kleiner Schlüssel. Ihr öffnet verschlossene Türen und... Ja, okay. Wissen wir schon. So, erst mal. Was bedeutet der? Ah, das ist bestimmt eine Abkürzung, oder? Na, Abkürzung, 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 Abkürzung. Und... Oh nein, wo bin ich denn jetzt? Hä? Hier will ich gar nicht hören. Und jetzt? Was bringt mir das? Äh, runter springen? Äh, bringt mir nichts. Hä? Hier hin? Äh, bringt mir auch nichts. Hä? Was denn jetzt? Nichts. Äh... Jetzt bin ich aber ein bisschen überfragt. Äh... Ne, Mantel, vielleicht? Ne, geht nicht. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Egal, zurück. Was soll's. Gucken. Was ist denn hier? Gar nichts. Ich gucke mal hier auf der Karte. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hier ist nichts. Okay. Scheint einfach nur bestimmt so ein Gang zu sein. Ich weiß... Jetzt weiß ich wirklich nicht zurück. Oh shit. Äh... Ähm... Naja... Ähm... Ähm... Ja. Okay. Irgendwas hier, hallo? Hä? Was denn jetzt? Oh man, alle. Diese Rätsel hier sind viel zu hart für mich. Ohne Mist. Es passiert nichts. Irgendwas ranziehen. Warte mal, warte mal, warte mal. Vielleicht... Dit hier? Hallo? Irgendwas? Kommt irgendwas zu mir? Es kommt nichts zu mir. Bumerang. Oh, oder, oder, oder. Pfeile mal benutzen. Ausmachen irgendwie auch nicht. Hier, oder, 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 oder? Geht nicht. Einmal Pfeile schießen. Ich treffe auf jeden Fall irgendwas. Die Wand, oder so. Hm. Hat das was bewirkt? Keine Ahnung. Da bin ich jetzt überfragt. Äh, hä, hä. Äh, hä. Hallo? Hallo? Wie komme ich jetzt hier raus? Hä? Habe ich das Spiel kaputt gemacht? Nee. Das muss doch funktionieren. Irgendwie. Hä? Hä? Hallo? Irgendwas? Irgendwie irgendwo? Äh, ich verstehe das gar nicht. Hier passiert nichts. Ich komme hier nicht mehr raus. Hä? Was geht, Freunde? Ey, hier komme ich nicht weiter. Hä? Flammen ausmachen oder so? Keine Ahnung. Geht auch. Quatsch. Ach, Quatsch. Irgendwie ausmachen geht nicht, ne? Nee. Hä? Was muss ich machen jetzt? Hey, Freunde. Jetzt bin ich gerade total überfragt. Und weiß gerade gar nicht, was ich machen muss. Ich weiß gerade wirklich nicht, was ich tun muss. Licht? Irgendwie ein geheimer Weg, oder so? So, gibt's auch nicht. Gibt's auch nicht. Hm. Irgendwas, ja. Harry Potter starb, ja. Harry Potter zauberstab, yeah. Woo! Und das bringt nichts. Yay. Ein auf Zauberer machen. Und Mann. Yeah. Wingardium Leviosa. Hey. Und jetzt? Und jetzt? Hey, jetzt häng ich fest. Schön. Schön gemacht, Spiel. Was habt ihr euch für dabei gedacht? Oh, Mann. Gehen nach der Wand laufen vielleicht? Bäh. Hier, bäh, auch nicht. Hey. Wollt ihr mich verarschen, oder so? Ey, was ist denn das für ein Dungeon, das ich hier jedes Mal gucken muss, Alter? Ich hab noch nie bei Zeller so oft so krass gehauen, Alter. Ohne Mist. Was geht? Geht. Hä? Komm ich hier zurück? Okay, der will wixi... Oh, oh. Sorry, Freunde. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Shit. Oh, Mann. Mann, warum nicht gleich so? Warum hab ich das nicht getan, Alter? Warum, Alter? Das sind doch so... Oh, Mann. Autsch. Bis zur nächsten Folge, Freunde. Tschüss. Oh, Mann.